Um im Sondermaschinenbau Zeit für innovative Ideen zu haben, müssen bestimmte Standardabläufe so schnell wie möglich, so automatisiert wie möglich durchgeführt werden. Schauen wir uns hier die automatisierte Schraubverbindung an. Die Vorgehensweise, dass wir uns einfach mal die Position auswählen. Interessant finde ich schon, dass wir hier diese Vorlagen natürlich nutzen. Möchte ich eine Sechskantschraube einsetzen, eine Zylinderkopfschraube, welche ISO möchte man haben. Dann natürlich auch zusätzlich möchte ich Scheiben nutzen für die Kopfseite, für die Mutterseite. Wichtig natürlich auch diese Standardisierung, dass wir uns automatisch die Länge berechnen lassen können und diese Schraubverbindung jetzt generieren auf beiden Seiten. Wichtig natürlich auch, dass die gewünschten, die entsprechenden Bohrungen erstellt werden und unsere Normteile hier platziert. Man hat es jetzt live gesehen, wenn wir hier diese Schraubverbindungen erstellen. Was ist denn die typische Voraussetzung auch im Maschinenbau, dass unterschiedliche Kollegen miteinander zusammenarbeiten und auch das schauen wir uns gemeinsam an. Wenn hier ein Kollege sagen würde, ich arbeite in einer Unterbaugruppe oder hier konkret an dieser Platte weiter. Ich werde einfach mal die Dicke anpassen, sei es aus der Berechnung raus. Wichtig natürlich auch, wie schnell, wie komfortabel bekommen wir die Informationen mit klar Creo Parametrik. Wir lassen uns einfach mal jetzt diesen Bereich aktualisieren. Logisch wurde die ganze Baugruppe hier aktualisiert. Wichtig natürlich jetzt auch für uns diese intelligente Schraubverbindung. Wollen wir hier natürlich jetzt genauso wieder nutzen, um zu sehen, oh, das ist jetzt zu kurz. Was machen wir automatisch? Bitte lassen wir die Länge wieder aktualisieren. Oder wir gehen manuell hier rein, würden vielleicht doch eine ganz andere Größe nehmen. Ich denke, dass man das noch schöner sieht, würde mich hier uns auch sogar einen anderen Schritt ausdenken. Und zwar wollen wir eine komplette Senkschraube haben. Diese hier, bitte die Länge, lassen wir die auch mal generieren. Und jetzt sehen wir schon, was hier dieses, von der Vorgehensweise dieses IFX, wie sie es nennt, intelligente Schraubverbindung, dass wir hier sagen können, oh, welche Größen braucht man automatisch? Die Stückliste muss passen, die Bohrungen angepasst. Und haben hier einen ganz wichtigen Schritt, um bestimmte Standardabläufe automatisiert zu haben, die aktuelle Stückliste. Nutzen Sie also jetzt die Chance, sich hier mehr zu informieren. Gehen Sie auch ruhig bei uns auf die Homepage unter www.ineo.de